Wir wollen ja nicht schwächeln hier. Es gibt immer noch was zu tun. Primal Reen. Ja, Reigen spricht sich Reen. Das E-I im Englischen ist halt was Besonderes. Die Herrschaft der Primaten? Nein. Aha, Arcade-Mode, Normal-Mode, SAS-Mode, was immer das heißen soll. Start-Game, Tutorial, Grafik finde ich schon mal geil. Wo stehe ich? Da stehe ich. Ja, ich würde mal sagen, legen wir einfach mal los und gucken, was passiert, wa? Oh. Gefällt mir. Hätte ich nicht sagen sollen, wa? Ich bin immer noch zu klein. Ups, was ist jetzt passiert? Download läuft. Ja, das sagt er aber immer. Ganz egal, was passiert. Da oben ist Neonlicht. Nein, doch nicht. Tja, also bevor sie zerbröselt sind, sah dieser ägyptische Tempelbau doch bestimmt durchaus beeindruckend aus. Jetzt höre ich schon mal was. Ich kriege ein Geräusch. Hallo, Regie? So lange ich noch mal kann, noch mal eben. Jawohl, diese Hose hat keine Hosenträger. Loading, loading. Ich gucke mal eben wieder auf den Monitor. Auf dem Monitor ist was völlig anderes zu sehen. Das ist komisch. Dann gucken wir da noch mal rüber. Das hat ja manchmal heilsame Effekte. Na, guck mal. Da habe ich einen Forscher oder sowas zu sehen. Oh, irgendwas passiert. Das war so 43. 43. Kann ich mich bewegen? Nein, ich kann mich nicht bewegen. Hallo. Kommt die Hände hoch. Ja, was? Kommt die Hände hoch. Habs. Das war echt langsam, Junge. Brava, Lurie. Mach ihn fertig. Lurie, Fanclub. Au, 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 au. Ich kriege das nicht hin. Lass die Maschinenpistole hier, Mensch. Mano. So, jetzt sollte ich mich hier bestimmt irgendwie drin bewegen können. Vermute ich. Das ist ein Loch, das sehe ich von hier. Jetzt sehe ich wieder meinen Lieblingschinesen. Loading. So. Loading, Loading. Loading, Loading Home. Loading Home. Loading Home. Loading Home. Across the Sea. So, macht ihr noch einen Monitor schon was zu sehen? Ja. Nee. Monitor ist eigentlich dasselbe wie vorher. Gucken wir dann auch rüber. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Monitor gucken zu tun hat hier. Aber ich höre es auch rappeln. Also ich glaube, die Festplatte knispeln zu hören. Oh. Ich höre was klimpern. Ah. Meine Machinenpistole. 200 Schuss. Oh, wie geil. Ah, ich sollte hier bleiben, heißt das wahrscheinlich. Irgendwas knistert. Oh, ich stehe ungünstig. Hab ich den Eindruck? Nee, alles gut. Wo ist meine Maschinenpistole hin? Geh weg, die gehört mir. Ich krieg sie nur nicht zu fassen, hier. Verdammte Hacke. Nimm die Flosse da weg. Ich kann sie nicht grad... Jetzt hab ich sie. Magazin rein und dann durch die Platten machen. Tja, die schleichen sich halt an, die lieben Kleinen. Ist ja schon wieder weg. Und nun? Mir fehlt meine Tommy Gun. Es scheint mir ein extrem simples Ballerspiel zu sein. Allerdings eines, wo man sich mit der Grafik durchaus Mühe gegeben hat. So, dass mir staunt die Maschinenpistole aus der Hand fällt. Das muss ich irgendwie nochmal überarbeiten. Und er lädt und lädt sich... Ah! Dafür ladet ihr jetzt für so eine Sequenz... Ladet ihr eine Minute vor euch hin? Restart. Fängt mit Recht Rest an, ne? Na gut, für lau? Finde ich das Spiel so weit ganz okay. Ich bin immer noch zu klein, ne? Da. Also, meine Peng... Und ich lasse sie los mit nochmal drauf drücken. Richtig? Ja. Dann hat das Magazin schon mal nichts zu tun. Wie sehe ich das alte Magazin los, würde ich gerne wissen. Der hat mir aber lange an mir rumgekaut. Mir ist schon wieder ganz rot vor Augen. Wave 2. Wie wechsle ich das verdammte Magazin? Ich kann doch nicht jetzt mal die Knarre fallen lassen. Blimey, er wird zwei Reise haben. Blimey, er wird zwei Reise haben. man kommt scheinbar mit einem magazin hin ja ich hab noch nicht raus wenn das alte magazin los wird das magazin ist immer noch nicht raus wie kriegt man das magazin daraus denn nur dem ich die knarre fallen das oder das ist die haute wohl auf an mir um zu kauen gut ich hab's begriffen das spiel ist ja ist also eigentlich ein super spiel um vr auszuprobieren nur irgendwie hat sich mir bis zum schluss nicht erschlossen wie ich denn bitteschön das magazin auswechsel aber den geschenkten gaul schauen wir nicht in den maul genau so was